und ja hallöchen leute das hier wird jetzt endlich mal ein video mit unserer platte wie wir anfangen und zwar in ausgabe zwölf war ja im heft drin die bauplan dass man den zurückschneiden muss und dass man das dann halt auf die platte hochladen reißzwecken habe ich auch schon ja also ich möchte jetzt damit einfach mal anfangen und ja das wäre jetzt schneller vorspulen alles dabei beim film dann zusammenschneiden und ja jetzt schon mal das cutter messer und ja fangen wir einfach mal an da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020